kommt die inflationsausgleichsprämie 3000 euro für rentner doch petition des sovd zum bundestag mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren ich habe vom sovd vom sozialverband deutschlands eine e mail bekommen mit der bitte doch mal auf die vom sovd eingereichte petition hinzuweisen und hier noch mal ein video dazu zu drehen damit also im bundestag so richtig dampf und druck gemacht werden kann um was geht es ich zeige es ihnen einfach mal der sovd hat der sozialverband deutschlands macht mal größer hat ein fordert ja die inflationsprämie auch für rentnerinnen und rentner der sovd hat eine petition zum bundestag eingereicht viele bevölkerungsgruppen haben den inflationsausgleich bekommen unter anderem auch die mitglieder der bundesregierung beamtinnen und beamte arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer dort auf freiwilliger basis bei den beamten waren es oder bei den bundesbeamten war es der tarifabschluss im öffentlichen dienst und so weiter und so fort ich sag's gleich von vornherein ich gönne es jedem beamten jeden pensionär jeden angestellten die haben sich auch hart erarbeitet meine damen und herren aber ich sage schlicht und ergreifend das leben ist ja nicht nur für diese personengruppen teurer geworden sondern auch für rentnerinnen und rentner und deshalb haben sich auch alle rentnerinnen und rentner auch wenn es zum ersten siebten 2024 eine rentenerhöhung gegeben hat oder geben wird die aus meiner sicht viel zu niedrig ausfällt redlich verdient wegen den hohen inflationsraten und den steigenden preisen dass auch die wenigstens ein teil der inflationsprämie bekommen sollten und sogar müssen es ist ein skandal dass 21 millionen rentnerinnen und rentner hiervon nicht profitieren dürfen der bundeskanzler hat es ja schon ja in einer in einem ganz ganz in einer ganz ganz schlimmen außendarstellung auf anfrage eines rentners gesagt das wäre nicht finanzierbar aber es ging also nicht um den inhalt seiner aussage sondern die art und weise wie er das gemacht hat wie arrogant und abgehoben das rüber gekommen ist das hat doch wirklich gesessen wie die faust aufs auge dass rentnerinnen und rentner hier sozusagen komplett außen vor sind obwohl sie auch über jahre hinweg seit 2021 bluten für viele fehlentscheidungen in der politik die dann auch dazu führen dass preise deutlich teurer geworden sind und hier die menschen letzten endes außen vor bleiben der sovd hat eine petition für die inflationsprämie im bundestag eingereicht gegen diese ungleichbehandlung protestierter sovd der sozialverband deutschlands ersetzt sich dafür ein dass rentnerinnen und rentner auch diese inflationsprämie bekommen und dass sie zumindest da einen gewissen ausgleich ausgezahlt bekommen die rentenanpassung reicht lange nicht aus um die inflation zu kompensieren die 4,57 prozent reichen da locker hinten und vorne nicht aus und deshalb ist es schlicht und ergreifend so dass der sovd die vorstandsvorsitzende frau engelmeyer hier klar gemacht hat und gesagt hat die wollen mit der mit dieser petition erreichen dass rentnerinnen und rentner auch die prämie erhalten nach der prüfung durch den petitionsausschuss kann diese petition von allen bürgerinnen und bürger unterzeichnet werden das geht auch digital sollte ich das dann auch mitbekommen werde ich die selbstverständlich auch mit unterzeichnen ich kann sie alle nur auffordern bitte unterzeichnen sie diese petition dann auch das können sie digital machen da müssen wir einfach noch abwarten wie die dinge dann hier veröffentlicht werden ich gehe mal davon aus dass der sovd auf seiner internetseite dann auch die den startschuss dazu geben wird ich finde es auf jeden fall ganz ganz toll dass der sovd sich hier stark macht für die rechte der rentner ich meine damen und herren rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel aber auch immer und immer wieder gesagt dass rentnerinnen und rentner in deutschland auch anspruch auf diese inflationsprämie haben sie leiden und sie haben genauso gelitten unter diesen schlimmen inflationsbedingten kostensteigerungen und meine damen und herren es ist ein schlag für mich in das gesicht wenn ich ihnen sagen muss und das habe ich auch in einem video veröffentlicht dass die zahl der rentnerinnen und rentner die sich an den tafeln in deutschland anstellen immer mehr werden und diese menschen nicht mehr in der lage sind mit dem mit der rente die sie monatlich erhalten hier entsprechend lebensmittel normal im supermarkt einzukaufen deshalb finde ich dass das engagement des sovd an dem punkt wirklich bemerkenswert und auch begrüßenswert und deshalb an alle an sie bitte unterschreiben sie dann wenn es veröffentlicht wird auch diese petition damit die herrschaften im bundestag einfach ein bisschen druck bekommen näheres zum thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel es geht um 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 es geht